ARD Text im Auftrag von Funk Ok Ich bin bereit. Ja. Das sieht echt mega bereit aus. Ja, du aber auch. Okay. Siehst du, habe mich auch in Dreck gefluckt. Ah, kalte Finger. Mal holen wir den Echsen. 3, 2, 1, ja. Jawoll! Kommt das gut, wenn man so hier... Wenn man so... wenn man so... Oh, ich habe halt überlegen. Und Action. Stopp. Da war der Hund. Die Liste. Die Liste. Nee, ich darf da schlafen, Leute. Mit der aufhelligen Ecke. Du musst ihn aber auch genau zu mir zum Spielen. Ich kann mich nicht bewegen. Nee, warte, warte. Nee, du musst hier. Das ist so. Und das so. 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 Ja, wahrscheinlich können wir das nachfangen. Ja, da reicht es, wenn der Chrissy zuspielt. Richtig. Richtig. Du spielst schöner zu als ich. Du spielst schöner zu als ich. Deswegen müssen wir eigentlich dich verrufen. Nee, ich spiel schöner zu. Ich spiel genauer zu. Du spielst auch schöner zu. Okay. Nein, das war gemein. Das war echt gemein, das ist so weh. Nein, ich spiel... Du musst sagen einfach jetzt. Okay, warte. Will ich da hin? Ja. Oder nach hinten? Stopp, genau. Nee. Ohhhh. Ja, das darfst du natürlich nicht machen. Warte. Wie ist denn da zu lachen denn? Ich nehm's gerade alles schön auf, ne? Okay, so können wir's machen. Ja, auf geht's. Kann man das nehmen? Ich nehm gerade alles auf. Das ist Trainerteams vom Beach-Team Finn und Erik. Und ähm... Ja. Das können wir gleich nochmal machen. Das war nicht so richtig schön. Hallo, ich bin Nils Rohde. Teil des Trainerteams vom Beach-Team von... Okay, nochmal. Ähm, wie ihr seht, hier am Schicksal-Strand... Ähm... Ja, shit. Okay. Äh! Noch was vergessen? Ich wusste nicht mehr. Ich wusste nicht mehr. Ich wusste nicht mehr. Ich wusste nicht mehr. Alles auf dem Stück. Ja? Ja. Also ich hab vergessen ne Pause zu machen. Ne, der Idee braucht doch keine Pause, weil wir alles wunderbar erzählt haben. Ich weiß nicht wie ich geguckt habe, aber ich war sehr konzentriert. Das war alles super. Ja? Ja. Du brauchst keine Pause zu machen, weil alles wunderbar war. Gut. Ja. Du musst als nächstes weg. Yes! Ein Versuch! Ein Versuch! In einem Durchbruch! Ja! High Five! Yes! Die Athletikvorbereitung im Winter für das Beach-Team, Herr Finn und Erik, lief optimal. So dass wir erwarten können... Ach Gott. Ja. Okay, nochmal neu. Ey, Erik! Erik, wenn du was zum Finn sagst, das höre ich, ne? Entschuldigung! Okay, nochmal. Und das höre ich auch! Ja! Genau! So, geil! Die athletische Vorbereitung im Winter für The Beach-Team Finn und Erik lief optimal, so dass wir erwarten können... Finn, du bist im Bild! Juhu! Fiese fliegen, fliegen, fliegen. Fliegen, fliegen, hinterfliegen, fliegen, fliegen, fliegen nach. Hier kommen noch mehr fliegen gerade. Fiese fliegen, fliegen, hinterfliegen hinterher. Fiese fliegen, fliegen, hinterfliegen. Beim Fliegen von Fliegen muss man darauf achten, dass Fliegen nicht hinterfliegen fliegen, sonst fliegen, 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 fliegen nach. Hallo, ich bin Finn Dittelbach. Ich bin der Abwehrspieler des Teams Dittelbach-Koreng. Wir sind das neue... Nein, das Beach-Team Finn, Erik. Okay. Warte, ich war noch mal ganz kurz. Nee, nee, schon okay. Du willst dann kurz warten. Ach so. Hast du die? Die will nicht vorbeigehen, die will hier durchs... einfach Salarm. Ja, das war gerade irgendwann auch einer da. Ich glaube, der kommt gleich noch mal zurück. Der meinte auch so... Ich meine, könnten sie in so einem Bogen da vorbeigehen? Er ging so ganz gerade. Ich so, wär's nur irgendwie ein Bogen? Nee, ich laufe hier gleich gar nicht mehr vorbei. Ich so. Was hat er gesagt? Ich laufe hier gleich gar nicht mehr vorbei. Der ist hier ganz gerade so an der Schneise. Ich weiß gar nicht, ob der auf dem Wild noch war. Der sollte eigentlich im Bogen rum, hat ja keinen Bock drauf gehabt. Der ist gerade auf sich zugelaufen. Aber manche sind aber echt nett. Und manche sind nett. Okay, wir können. Ach Quatsch, mal kurz. Mach dir jetzt hier Strandurlaub oder was? Ah, super. Kann man kurz Hallo sagen? Kannst kurz Hallo sagen. Haha, tue, Alter, was geht? Ja. Ja, bei dir. Alles gut. Hi. Es ist Winter, du kannst doch nicht an den Strand gehen. Das ist 18 Grad. Hi, ich will es hin. Das ist nicht. Hi. Ja, stimmt. Das ist auch nicht, ja. So. Viel Spaß weitermachen. Viel Spaß beim Lernen, ne? Ja, wir freuen uns, dass wir mit Vila, Mila, nochmal. Ich wollte Volleyball und Mila, äh, Vila Molleball. Ey, Finn. Hast du das gleiche gehabt? Mila Molleball. Das ist kein Problem. Okay. Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr mit Mila Volleyball, nicht mehr. Nein. Ich hab jetzt auch Mila Volleyball gesagt, das war ja sein Satz, ne? Hallo Kitty, hallo Alex. Danke nochmal für die... Warte mal. Ich hab jetzt das Bietchen vergessen. Kannst ja trotzdem noch danach sagen. Ja, ich will das aber warten. Ja, das wird klar, wie es geht durch. Alles klar. So, Jungs, was sind wir da? Ich will gebuddelt werden. Pst, ja. Da kann er das. Ist das auf dem Bild? Nö, das kann er das. Da können sie ja buddeln. Machen wir das. Ja, machen wir das. Ja, machen wir das. Ja, machen wir das. Boah, die. Warum machst du das jetzt mit uns hier? Ja, aber ich das mache. Weil mir so langweilig ist. Glaub ich dir nicht. Und ich gerne acht Stunden Auto fahren. Nein, sorry, 16 Stunden. Ich muss ja heute wieder zurückfahren. Nach Gelnhausen, zu den Hesse. Also, pass auf, ich mach jetzt ultra professionell. Gebe ich dir. Warte, ich geb mir selbst das Zeichen. Ja, okay. Jetzt kommt noch besser. Okay, Kamera läuft. Ja. Gut. Wie ist eigentlich meine Arm? Mach mal, wie du möchtest. Mach mal, wie du möchtest. Nee. Ja. Besser. Ja, hallo, ich bin der Tee. Ah, ich bin der Tee. Ist natürlich jetzt so doof. Und noch mal. Bereit? So, Finn. Fertig mit dem Feierabend, ne? Endlich, du. Meine Güte. War ein anstrengender langer Tag, du, ne? Aber geile Bilder haben wir gemacht. Ja. Spaß hat es auch gemacht, aber war arschkalt. War arschkalt. War arschkalt. Aber schön. Sehr viel gelacht. Ja, viel gelacht, ja. Was ist das gerade ein Video? Soll ich irgendwas sagen? Was ist denn jetzt die Aufgabe? Die Aufgabe. Die Aufgabe ist Leverage Project. Und jetzt musst du Angst haben. So, das Netz muss die Runden abbauen. Nee. Nein, wir sollen immer. Nein, das ist besser. Wir müssen jetzt noch das Netz abbauen. Und dann gibt's Punsch. Punsch. Ne? Oh. Nee, so. Jetzt. Aber. So, Netz ab. Ja. Ja.